es kommt sollte das willst du mangel an arbeitern ja dann 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 baut doch hier mehr häuser hin das ist doch nicht da ja ich finde das ja immer so faszinierend wenn du mal so guckst wenn du jetzt gerade eben erst wasser hast und die sagen alle ja alles klar hier kommt genug wasser aus der leitung warum testen die das weiß ich auch nicht also ich gucke auch immer nach ich gucke auch immer nach ob genug wasser aus der leitung kommt also das macht man halt so ich kann mal nachgucken dann muss ich mal ganz kurz ins bad runter und nachschauen ob doch genug wasser aus der leitung kommt genau als ob man nichts besseres zu tun hätte oder jetzt wohl wasser haben kann ich endlich duschen ja toll wen interessiert also ja gut aber das sind halt dann die sims die fröhlich sind das finde ich eigentlich ganz in ordnung ja die steuern sind zu hoch die bei dir sind zu fröhlich bei mir meckern so rum die steuern sind zu hoch dann hast du irgendwas falsch gemacht dann hast du die steuern zu hochgesetzt bei was sind sie denn bei dir 13 13 das ist zu hoch 11 ich muss auch noch was verdienen ja ja ich verdiene 6000 wenn ich jetzt auf elf mache verdiene ich 502 ja ich verdiene 6000 pro stunde warte ich gebe dir mal ich gebe dir mal ihr geld transfer ich gebe dir mal 30k geld schenken hast du bekommen ich habe das an tosca geschenkt neeeeein haha ja so kann man natürlich auch geld verschwenden scheiße weißt du was aber ich bin ja da habe ich gar nicht mehr dran gedacht aber ich schick dir mal einen müllwagen rüber ne ja du das fand ich auch letztens geil weißt du deine müllleute die kommen alle zu mir rüber und holen da den müll weil ich noch keine abfuhrartale Ja, obwohl wir im Baukasten-Modus waren. Da hat schon Atomkraftwerk stehen und Hochhäuser, aber keine Müllversorgung. Ja, ich bohr das immer so zum Schluss, die Müll, weil das brauche ich nicht. Ja, du vielleicht nicht. Reicht ja, wenn deine Müllmänner zu mir rüberkommen. Autobahn ist ja vorhanden. Das ist richtig. Also, das Atomkraftwerk, das brauche ich nicht nochmal, seitdem mir das da abgeschmiert ist. Weißt du, das halbe Land da so verseucht und ich baue da trotzdem immer noch alles hin, ey. Weißt du, auf der Stelle habe ich auch noch so ein Wasserding hingebaut, weißt du, dann kriegen die da verseuchtes Wasser. Das hat den nicht gestört. Nicht? Nee. Ja, da kam aber immer bloß die Aussage, hm, das Wasser schmeckt so gut. Das Wasser schmeckt so gut, hahaha. Mit so einem freundlichen Smiley, ich habe mir auch gedacht, ja okay. Wir sind wahrscheinlich schon dicht oder so. Ist doch super. Ja. Gut. So, lass uns mal. Warum denn nicht? Ja, warum, warum nicht? So. Ist mal was anderes verseuchtes Wasser zu kriegen, als immer diese saubere, ne? Auf jeden Fall. So, erstmal hier Schule ausgebaut, das ist ja der Wahnsinn. Und das Schlimmste, was ich immer finde, ist, ne. Am Anfang nimmst du so saumäßig viel ein, manchmal sogar bis zu 10.000, ne. In der Stunde. Und dann später irgendwann, da nimmst du dann gar nichts mehr ein. Dann nimmst du dann, das ist der Wahnsinn. Bitte, helf! Meine Straßen sind zu. Ich kann nicht ausbauen. Was hast du denn für Straßen? Ja, Hauptstraße mit mittlerer Dichte. Also bei mir sind die alle albernfrei noch, ne? Ja, schön für dich. Zu wenig Arbeiter. Boah, jetzt wollen sie auch noch Krankenhaus, wo soll ich denn das ganze Geld hernehmen? Ja, das ist auch immer sowas, ey. Die wollen alles haben. Boah, eine ganze Straße dicht, ne? Der Wahnsinn. Oh, ich kann Rathaus upgraden. Was? Wie viele Einwohner hast du denn schon? 5.444. Ja, weißt du, wie viel ich habe? 408. Ich glaube, du hast die falsche Taktik. Boah, ich muss warten auf das Geld, sonst kann ich doch gar keine Straßen bauen und warten. Ja, ich habe eben Geld an deine alte Stadt transferiert. 30.000. Na toll. Ja. Ich benutze auch immer Straßen mit hoher Dichte. Die kostet ja 10, äh, 10, weiß ich nicht was. Wie heißen? Wer ist denn das Geld? Simonions, warum denn mit hoher Dichte? Bau doch am Anfang einfach Straßen mit niedriger Dichte. Du kannst doch dann upgraden. Will ich aber nicht. Hab ich wenig... Alter, das ist mir zu viel Arbeit, man. Ja, ist ja halt so viel Arbeit, aber da sparst du halt voll viel Geld und so, ne? Ja, weißt du was... Da muss ich aber später nicht mehr so viel machen. Damit du was machen kannst, schicke ich dir an deine richtige Stadt jetzt mal schnell 10.000. Na, ich will ja nie falsch her. Ne, ne, diesmal an... Kamele Lin Bühl. Geld schenken. Oh, dürfte eigentlich jetzt dann langsam ankommen? Ne, das ist diesmal die richtige. Ich besuche mal deine Stadt. So... So... Der Mann ist statt jetzt richtig special. Aber nicht diesmal hier wieder Hogwarts. Ja... WTF? Was denn? WTF? Was denn? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber... Du hast ein Problem. Wieso denn? Oh Gott. Bau mal... Du musst Industrie bauen. Das lockt die... Das lockt die Anwohner an. Wieso habe ich denn Problem? Erzähl mir mehr. Ja, du hast... Du hast eindeutig zu wenig. Ich musste mal zu mir schauen. Ich habe... Ich habe schon hier Straßenzüge voll mit Einwohnern. Ich sehe das schon so ein bisschen so leicht da oben. Aber ich will jetzt auch nicht rübergucken. Warum ziehen die jetzt hier nicht Eise? Die sind so hoch. Was soll das? Ja, bei mir gefällt es denn anscheinend besser. Ich dachte, mit dir zu spielen macht keinen Spaß. Nicht? Hört sich aber stark nach Spaß an. Ne, wenn man... Wenn man da aber immer so Sachen hört. Ja, ähm... Die Einwohner gehen jetzt rüber zu deiner Stadt, um da einkaufen zu gehen. Dann hat man keine Lust mehr. Ja, Alter. Das ist ja nicht... Da würde ich sagen, ist nichts Falsches dran. Doch. Und was? Was sollen die bei deiner Stadt da drüben? Du cheatest. Die wollen halt einkaufen. Ich cheat überhaupt nicht. Na klar. Du hast da so ein Lösungsheft zu liegen. Ja, also... Das ist nicht cheaten. Ja, das hat mich immerhin 7,95 Euro gekostet. Ja, 7 Euro, oh! Dann muss ich nochmal ganz kurz nachschauen. Äh, was muss ich denn als erstes bauen als Rathauserweiterung? Augenblick, ich lauf mal schnell rüber in mein Wohnzimmer. Äh... Das stand doch hier irgendwo. Ich lauf mal eben kurz rüber in mein Wohnzimmer, Alter. Was hast denn du für ein langes Kabel, Mann? Das ist kein Kabel, das ist Wireless. Wireless Headset. Na toll. Hast du was davon gehört? Ja, ich hab ja schon ein langes Kabel, ne? So 10 Meter Kabel, aber... Und wo? Wahrscheinlich unten zwischen den Beinen, oder was? Ne, das ist hier alles so neben mir. Alles in einer Ecke. Das ist so ein Kabelgewirr von Feinsten. Okay. Kabelgewirr von Feinsten. Naja, guck mal, das Headset hat 10 Meter. Und nochmal das Mikrofon hat auch mal 10 Meter. 10 Meter? Ja, BTF zumindest mit 10 Meter. Keine Ahnung, das war dabei mit 10 Meter Headset-Kabel, also Mikrofonkabel. Doch, ist so. Gott. Genau so lang wie mein Internetkabel, 10 Meter lang. Ach du Scheiße, jetzt brennst. Ich hab kein Geld für eine Feuer mehr. Ja, ich auch nicht. Wolltest du mir nicht Geld schicken, Alter? Hab ich 10.000 hab ich dir geschickt, Alter. Von da hab ich nichts mitbekommen. WTF? Ja, super. Also, es ist überhaupt nicht buggy oder so, ne? Ne, hier. Aber es ging von deinem Geld ab, ja? Ja, ja. Hier, ich hab sogar hier Beweis. Verschenkte Menge 10k an Harry Potter. Nein, Harry Potter. Was heißt deine Stadt? Oh, schenkst du Harry Potter Geld. Du solltest mir Geld schenken, nicht Harry Potter. Nein, die Stadt Harry Potter. Na toll, jetzt ist dieses Scheiß... Ahhhhhhhhhh. Ich hab immer, also... Irgendwas machst du falsch, also dein Cheater-Heft ist doch nicht so gut, ne? Ach nee, das kommt noch, das ist noch, das kommt noch, glaub ich. Weil Tosca hat das mittlerweile erhalten. Na, dein Cheater-Heft ist doch wohl nicht so gut, wa? Ja, also irgendwie mach ich was falsch, naja. Egal. Also, du wirst jetzt kein Cheater-Heft ist Cheater. So, Alter, ich baue jetzt hier diese Behindertenstraßen. Egal. Das ist nicht so ganz so teuer. Du willst behinderte Straßen bauen? Hammer geil. Ich muss jetzt erstmal hier Parks bauen. Naja, die Behindertenstraßen sind behindertengerecht, ja, also... Das lockt nochmal Einwohner an, ne? Ja. Ich baue jetzt erstmal Parks. Hehehehe. So, dann kommen nämlich schon die ersten Reichen in mein Gebiet. Super. Oh Gott, ich hab'n Flächenbrand, glaub ich. Scheiße. Meine Stadt fack halt ab, ich brauche Geld. Ich schick dir kein Geld. Ja, ist mir schon klar. Okay. Was soll... Was soll denn das jetzt hier heißen? Arbeitslosigkeit? W... 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 Was machen die überhaupt hier? Ja, du brauchst Jobs. Ich schick dir den. Das alles ist zu dir rüberfahren, Alter. Ist mir doch egal. Ach, auch dafür bin ich gut genug, ja? Ja, also brauch mal ein bisschen mehr hier. Was ist das denn, ja? Ich hab Fabrik bis zum Umfallen. Ja, kleinen Start mach ich doch schon. Ich bin doch egal dabei. WTF! Ach du Scheiße, die Pucks, die kosten mich ja jede Menge, die muss ich sofort wieder abreißen. Boah, leck mich am Arsch, ja. Ich bin eben von... Von 8000 in der Stunde runter auf 3000. Ja, würde mich belasten, ne? Ja. Alle Pucks wieder weg, ey. Hier, komm, abreißen. Weg damit. Ringelt das bei dir auch? Was? Ringelt das bei dir auch? Schwingeln. Nee, regnet. Nee, regnen nicht. Im Spiel jetzt hier, ja? Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Wir wollen etwas weit aus dem Land. Nee, aber regnen tut's echt nicht bei mir. Sollen das sind für ein Scheiße, ey? Ja, ist doch gut, dass das, äh, das ist für den Grundwasser vorkommen sehr gut. Alles klar, hier kommt genug Wasser aus der Leitung, alter. Komm, Feuerwehr, go, go. Rück aus. Bimmel hinsetzen. Fahne dahin. Auf, auf, go, go. So. Verbrennt. Ach du Scheiße. Mach Vorschritte, ey. Ja, ich hab schon, hab schon fast 2.000 Einwohner, ja? Mach Vorschritte. Ja, ich geh wieder runter auf 3.000 Einwohner, weil ich, äh, reiche Bevölkerung eben kurz angelockt habe. Aber halt auch nur kurz. Such schon mehr. Ja. So. Muss ich jetzt hier nur irgendwas bauen, ist irgendwas wichtig? Nur Bedarf an Gewerbegebieten. Okay. Okay. Ich hab momentan nur Bedarf an Wohngebieten. Lass mich raten, denn der Status schon fast voll war. Nee. Ich geh gerade einwohner technisch wieder nach unten. Na, jetzt geht's wieder nach oben. So. Wie sieht denn die Zufriedenheit aus? Wir wollen hier einen Park. Uns gefallen die hohen Steuern nicht. Okay. Gehen wir mit den Steuern eins nach unten. So. Was noch? Ah, okay. Jetzt kann ich hier noch mehr. Es sterben immer noch. Das ist cool. Das ist geil. Es sterben immer mehr. Okay. Wir wollen einen Park. Wir wollen einen Park. Es sterben zu viele Leute. Zu viele Verletzte. Bla bla bla. Wir haben zu wenig Kunden. Zu wenig Mitarbeiter. Wir wollen Abnehmer, die wir liefern können. Boah. Nur Probleme hier. Doch nicht so gut dein. Nicht so gut dein Cheater-Heft, wa? Hier, was mit deinem Cheater-Heft? Du kriegst gleich Cheater-Heft. Ja, das. Ich geb dir gleich ein Cheater-Heft. Weil es ist sehr interessant aufzunehmen mit 13 FPS. Kann ich ja schon lange nicht mehr. Ich hab 16. Aktuell gerade. Das ist aber gar nicht, warum das so wenig ist. Dafür kann das eigentlich gar nicht ziehen. Ja, das frag ich mich auch. So viel kann so ein Spiel eigentlich gar nicht ver... hier, äh, Dingsen, ne? Alter, da braucht halt Minecraft weniger. Und Minecraft ist schon, ja, ja, ne? Ja, also ich hab bei Minecraft, äh, 50 FPS, ne? Also... Minecraft hab ich auch durchgehend, äh, über... über 30. Das ist... ...sogar wenn ich aufnehme, ja? Und das brauch hier... eben viel. Das ist auch, wie geht's. Die Leute sind weinig für Liebe, oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017